Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Monster Hunter Stories. Wir machen jetzt hier mit der Story gleich weiter, aber bevor wir das machen, mal eine kleine, naja, Rundtour durch meine ganzen Monsties. Wenn ich auf Monsties drücke, das ist hier meine Teamzusammenstellung, das sind dann alles Monsties, die spezielle Fähigkeiten haben. Der kann graben, der kann schwimmen, der kann klettern, der kann Steine wegkloppen und der kann dann eben springen. Und mein Team wird auch zukünftig genauso bestehen bleiben. Und jetzt ist Folgendes passiert. Ich habe tatsächlich durch einen zufälligen, seltenen Bau auch einen Diablos gefunden. Und dieser Diablos, der ist schon ziemlich, ziemlich mächtig. Jetzt kann ich auch verstehen, warum da als Tipp in den Kommentaren bereits hinterlegt wurde, du such dir doch mal einen Diablos, das wird sich lohnen. Und tatsächlich, das lohnt sich auch. Also spätestens wenn man einmal die Bonuswerte oder die Fähigkeiten von dem sieht, dann kommt man gar nicht anders, als den ins Team zu nehmen. Jetzt überlege ich aber Folgendes. Wenn ich schon einen Diablos mir hochzüchte, dann sollte es im idealsten Fall schon einen Diablos sein, der auch nützliche Zusatzeffekte noch hat. Also ich meine, es ist nichts an den Spezialfähigkeiten, denn das sieht nämlich so aus. Passt mal auf. Ich gehe mal auf Gruppe ändern und nur hier in dem Menü können wir uns ja angucken, was der überhaupt Schönes hat. Jetzt muss ich nur noch finden, jetzt muss ich nur noch finden, wo ist denn der Gehörnte? Wo ist unser gehörnter Schatz? Na, bin ich schon dran vorbei, sieht wohl ganz danach aus. Dann gehen wir es eben nochmal durch. Der muss hier irgendwo sein, ist er das? Ja, da ist er. Und schau mal bitte auf dieses 3x3 Feld. Wie geil ist das, dass genau in der Mitte das Feld nicht frei ist. Ich könnte kurz, wenn das frei wäre, das wäre so schön, dann hätte ich das erste Mal ein Monster, was in der Diagonalen einen Bonusrefekt hätte. Dann in der Horizontalen und in der Senkrechten. Das würde mir schon ausreichen. Es muss nicht perfekt sein, aber das ist ein Übermonster. Es ist einfach ein Übermonster. Dann hat es den Angriffstrend oder die Tendenz, dass es Kraftangriffe macht. Habe ich bisher auch noch keins im Team. Die meisten machen immer Geschwindigkeit- und Technikangriffe. Also das würde mir auch schon wieder helfen. Und Feuerattacken. Sehr nice. Und neben denen eine Tunnelgrabe-Skill könnte ich meinen Barot auswechseln. Und gleichzeitig hätte er die gleiche Fähigkeit wie mein Ketsu. Den muss ich im Team haben. Der ist ideal. Tunnelgraben und Gebrüll. Mit dem kann ich auf Reisen ziehen. Und dazu ist er auch noch monströs stark. Denn wenn man auf die Statuswerte im Generellen guckt, unter Monster Klopedi, da sieht man ja hier bei Monsties, wenn man es einmal gefangen hat. Und ich habe ja gesagt, ich werde alles fangen. Und dabei bleibe ich auch. Ich habe jetzt bloß noch diesen dunklen, der mir fehlt. Der ist Seltenheit Stufe 4. Müsste ich hinbekommen. Und das sind die Werte. Alter, Angriff fast 5. Also ist 4. Verteidigung 5. TP 5. Geschwindigkeit 3. Ich meine, das geht doch schon fast gar nicht besser. Und wenn der hier die gleichen Werte hat. Vielleicht ist der sogar noch ein bisschen mächtiger. Wahrscheinlich schon, weil der TP ist ja nicht so. So sucht ihr einen schwarzen Diablos. Muss ja. Der muss ja übermächtig sein. Deswegen, das Erste, was wir in der heutigen Folge machen, ist, wir suchen uns einen schwarzen Diablos. Ich bilde mir einen, ich weiß, wo der zu finden ist. Mal gucken, ob das Ganze stimmt und hinhaut. Dann machen wir... Jetzt überlege ich, habe ich hier irgendwo... Ne, in der Stadt kann ich nicht beten. Ich habe keinen Gebetstopf. Dann einen kurzen Abstecher zurück in unser Dorf Harkum. Dort gehen wir ein bisschen beten. Opfern also ein Amulett. Und sorgen dafür, dass für ein paar Minuten... Die seltenen Monsterbaue öfter aufzuspüren sind. Ich denke, das ist eine ganz gute Idee. Und dann versuche ich mal ein bisschen durchzuwaschen. Ob ich jetzt alles am Stück zeige, weiß ich nicht. Aber ich hoffe, wir kommen gut durch. Und bisher hatte ich auch Glück. Also was das angeht. Ich war auch einmal nur in einem seltenen Monsterbaue drin in der Wüste. Und das war halt sofort ein Diablos. Und auch hier wieder ohne Monsterliste. Das läuft. Also kannst du nichts machen. Das läuft richtig gut. Hier, Sammelamulett. Seltene Sammelpunkte. Ne, das war es nicht. Ich brauche irgendeinen Finder. Ja, seltene Monsterbaue. 30 Minuten. Mach ich. Weil selbst, wenn ich jetzt in der Wüste nicht unbedingt auf einen seltenen Monsterbaue stoße, hilft es mir ja trotzdem. Ne, Quatsch. Das war jetzt falsch gesagt. Also auf seltene Monsterbaue wäre schon ein Stoßen. Ich wollte sagen, wenn ich jetzt nicht auf diesen dunklen Diablos treffe und stoße, dann ist es auch nicht so schlimm. Weil mit der erhöhten Chance, auf einen seltenen Monsterbaue zu treffen, haben wir ja dann auch trotzdem die Chance, sonst dann vielleicht eins genau seine Eier zu bekommen. Ja, wir gehen auf... Ich glaube, der war bei den Sandstromhügeln. Ja, wir gehen auch generell mal hin, denn da habe ich eh eine Frage an euch. Da würde ich mal wissen, wie ihr das so seht. Da sind ja ein paar Sandstrudel, die nach unten führen. Und wenn man dort reingeht, dann kommt man in ein anderes Gebiet. Und in diesem anderen Gebiet gibt es in der Mitte einen Pfad, wo ich aber nicht hinkomme. Passt mal auf. Ihr könnt hier rein. Da kommt ihr halt unten irgendwo raus. Und ihr könnt da... Ah, was für ein Zufall. Das gibt es ja gar nicht. Vorüberlegung. Hier, passt mal auf. Das ist natürlich jetzt nice, dass wir das genau so bekommen. Wir müssen natürlich auch hier strategisch an die Sache rangehen. Einmal hatte ich ihn ja schon besiegt. Das jetzt genau hier ist... Perfekt. Komplett perfekt. Da. Wahrscheinliche Rückkehr in den Bau, wenn er niedergeschlagen wurde. Und das bedeutet... Ich brauche einen Ketsu. Nein, Mist. Ich habe aber keinen Ketsu. Das ist scheiße. Das ist wirklich scheiße. Dann, 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 dann. Ich werde jetzt schneiden. Ich werde trotzdem den Kampf jetzt machen, weil wenn wir schon mal das Glück haben und den hier treffen... Vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir Glück und wir können den tatsächlich irgendwie hier umboxen und dann ist er auch zufälligerweise besiegt. Aber die Strategie ist am einfachsten. Wenn ihr einen Ketsu mit im Team habt, der kann ja mit Gebrüll kann der den Gegner hier umboxen. Und dann haut er auch ab. Und genau dann haut er auch ab. Das Gute ist, der ist ja ein Krafttyp. Wenn ich also mit meinem Barot immer auf Geschicklichkeit gehe, sollte er doch sehr, sehr schnell besiegt sein. Nein, kein Kraftangriff. Wieso macht der Kraftangriff hier? Auflösen. Ja, und ich habe die Barot-Ausrüstung. Das heißt, die ganzen TP-Punkte sind reduziert worden. Ich brauche nicht mehr ganz so viele Punkte, um Spezialskills zu aktivieren. Und ich weiß noch gar nicht, warum er jetzt die Idee hat, immer wieder auf Technik zu gehen. Das macht er sehr selten, mein lieber Barot. Oh, Bodenstoß. Aber er müsste nicht ganz viel wegnehmen. 44. Das geht. 44 ist komplett akzeptabel. Gnadenloses Horn. Und er macht irgendwie nur Spezialtaken. Ja, er liegt. An und für sich würde ich mich jetzt freuen, aber kann ich mich nicht. Wir sollten aber trotzdem... Warte mal. Ja, ich sollte die Gunst der Stunde benutzen und hier mal ordentlich draufzuholen. So, und jetzt aufreien. Ja, der hätte später liegen müssen. Dieser Diablos, der hätte später liegen müssen. Dann, dann wäre es besser gewesen. Und jetzt ist er auch noch aggressiv. Na, egal. Ich muss mich auffallen. Und ich habe aus meinen Fehlern gelernt, ich habe neben dem Megatrank auch die normalen Tränke wieder mit reingeholt. Denn ich brauche die eher. Denn ich habe jetzt noch nicht so viele Lebenspunkte, dass sich das lohnt, so einen 300er Trank zu verschwinden. Selbst meinen Barot. Ich meine, auf ihn könnte ich jetzt ja einen Megatrank schmeißen, aber der kommt mit einer normalen Aufsteckung auch gut hin. Und der macht auf keinen Fall einen Technikangriff. Spinnt der? Ist der Lebensmüter? Ist der Lebensmüter? Kann er nicht machen. Da kann er gleich Selbstmord machen und hier sich hinlegen und einmal schreien. Hier bitte reinbeißen. Beiß mal bitte in die Seite. Ja, so muss es sein. Ne, komm, Mann, nur zurück. Wir werden einen Farbball reinklatschen. Ist ja für drei Runden aktiv. Müssen wir ihn bekommen. Müssen wir ihn kriegen. Ich gehe mal auf normalen Angriff und danach mache ich die Speziallattacke. Ernsthaft? Der legt sich hin. Der ist fast besiegt und der legt sich hin. Das ist genau die Bedingung, die erfüllt sein muss, dass er in seinen Monsterboard zurückgeht. Ich glaube es ja nicht. Komm schon, hau ab. Hau ab. Rückzug. Und er macht keinen Rückzug. Wollt ihr mich verarschen? Wir haben die Bedingungen komplett erfüllt. Wir haben den Farbball draufgehauen und der lag am Boden und trotzdem geht er nicht in seinen Monsterbau. Oh, da könnt ihr mal sehen, wie viel Pech man haben muss. Das sind genau die Bedingungen. Ich meine klar, es ist immer noch prozentabhängig. Aber dass wir jetzt so viel Pech hatten, dass er dann trotzdem nicht in seinen Monsterbau zurückkehrt, das ist natürlich Pech. Sehr viel Pech. Aber egal, haben wir zumindest schon mal hier ein paar seiner schönen Items bekommen und sind ja auch nicht verkehrt. Da können wir zumindest die Ausrüstung von dem Hersteller oder die eine oder andere Waffe kriegen und quaffen. Von daher alles halb so wild. Dann gibt es hier trotzdem einen Schnitt. Ich versuche in den Monsterbau zu gehen. Wenn irgendwas Spannendes passiert, schneide ich rein. Ansonsten zeige ich die Szene, wie wir den hier nochmal besiegen, aber wenn der eben seinen Rücktritt angeht. Also bis gleich. Yes, und das ohne Farbwahl. Beim dritten Versuch hat es geklappt, er flüchtet in seinen Monsterbau. Ja, es ist zwar nur Rang B, aber egal, wir haben den Rufankern bekommen. Damit durften wir bei ihm auch alle Items erhalten haben. Muss ich gleich mal nachgucken. Das ist ja auch mein Ziel, dass wir hier bei jedem Monster alles kriegen, was da eben als Drop auch hat. So, und der schwarze Diablosbau ist direkt mal hier in der Nähe. Ja, jetzt habe ich zwar die Chance, den zu bekommen, aber wisst ihr, was ich witzig finde? Ich habe nicht einmal einen seltenen Monsterbau erhalten. Ich habe also quasi bei diesem Gebetstisch völlig umsonst eine Amulette verschwendet. Echt Mist. Na, wobei, seltene Höhen 50% ist noch für 23 Minuten. Oh, der Timer scheint stillzustehen, wenn du dich in einem Kampf befindest. Das musst du wissen. Das ist nice. Weil ich bin jetzt auf jeden Fall eine halbe Stunde, ne Quatsch, halbe Stunde ist zu viel. So 15 bis 20 Minuten war ich jetzt unterwegs gewesen. Und der Trank sollte ja nur eine halbe Stunde andauern. Richtig? Echt? Klar, ich glaube ja. So, ich bin aufgestärkt und dann rein in den Monsterbau und mal gucken, ob wir das passende Ei finden. Ob wir da ein richtig schönes, schweres Ei kriegen. Angreifen, na plus eins. Oh, das kann ich auch mal gucken. Ich war schon lange nicht mehr bei meiner Ausrüstung drin, was die Amulette angeht. Unter Zubehör. Ich habe Macht plus zwei, erhöht Angriff. Okay, so weit, so gut. Eis abwehrend. Plus zwei. Senkt Eisschaden. Na, so zwei Effekte wäre nicht schlecht. Das hier zum Beispiel. Verteidiger. Eis an der Wand. Und erhöht die ausgeteilte Eisschadenmenge. Oh, das ist fett. Aber nur bei uns. Es ist trotzdem fett, weil mein Samtrios, der ist ja so ein Eistyp. Ein Eismonsti. Und wenn ich da die Eisrüstung anlege und die Eiswaffe auch noch anlege, dann bin ich in Verbindung mit diesem Amulett wirklich sehr gut dabei. Okay, krass. Anti-Schockieren, das ist auch gut. Ansonsten ist der Rest oh, anti-toxisch. Das wird mir später was helfen, weil ich habe noch gegen einen Ioprem irgendwas zu erledigen später. Aber erstmal holen wir uns den dunklen Diablos. Ja, wir müssen noch einmal gegen antreten. Und hier ist auch schon das Nest. Wenn wir Glück haben, schläft er aber der wird bestimmt noch mal erwachen, oder? Ja, das war klar. Da schläft er. Oh, ich finde es auch schön, dass die Monsti-Nester immer genau so einen kleinen Schein drauf haben. Sieht immer sehr, sehr heilig aus. Wie ein Altar. Na ja, aber keine Angst, Freunde. Der wird auf jeden Fall noch aufstehen. Das kann ich euch versichern. Bisher ist es so gewesen, dass da nur der rote Ketsu offscreen nicht erwacht ist. Obwohl ich alle Eier, zumindest die die Möglichkeiten der Eierabgrasung wahrnehmen konnte. Ja, jetzt bin ich gespannt. Also ich werde hier so lange graben, bis ich entweder keine Eier mehr graben kann oder wir ein mindestens schweres Ei bekommen. Ja, das ist schon mal ziemlich leicht. Kann ich nicht gebrauchen. Ebenfalls leicht. Na super. Und der ist erwacht. Immer noch nicht. Naja, es ist zumindest 100% normal. Das ist die Wahrscheinlichkeit. Ich weiß nicht. Also ich traue mich jetzt ehrlich gesagt nicht nochmal zu graben. Wir haben jetzt fünfmal gegraben. Viermal war leicht und das ist zumindest normal. Hm. Jetzt kann ich mir selber ausrechnen. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich jetzt dieses normale Ei eintausche gegen ein schlechteres? Und dann kann ich nicht mehr abgrasen. Ich glaube, das reicht mir. Ja, ich gehe mal hier raus. Ich gehe raus, dann nutze ich sofort den Tatzenpass und gehe direkt mal zurück in mein Dorf und muss das Ganze begutachten. So, da wurde sofort alles Ei ausgebrütet und danach holen wir sofort auch die Ausrüstung. Und vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir sogar ein bisschen Glück und unser Bingo ist mit, naja, mindestens einer Reihe ausgestattet. Oh, ich hoffe, es heißt Daumen drücken. Jetzt heißt es Daumen drücken. Dafür nehme ich auch gerne mal einen Tatzenpass. Oh, ich bin gespannt. Erstens bin ich gespannt auf die Ausrüstung, dann bin ich gespannt auf das Schwert von dem und ich bin gespannt, wie das normale Ei tatsächlich gleich aussehen wird. Oh, Freunde, Trommelwubbel, Trommelwubbel, Eierkarton, auf in den Eierkarton, Ei ausbrüten, natürlich. Äh, Bonuswerte, TP3, TP3, Verteidigung, 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 TP. Komm schon, komm schon, komm schon. Und? Yes! Es sind zwei Reihen, es sind zwei Reihen und vor allem zweimal schwarz. Es ist zweimal schwarz. Wir können den optimal boosten. Das ist fertig. Ich meine, es geht sicherlich besser, aber boah, ich, ich beschwer mich nicht. Das ist, das ist das Beste, was ich mir hoffen konnte. Jetzt müssen wir nur noch was, was Schwarzes reinsockeln. Oh, nice. Fügt allen Gegnern nicht Elemente anzu. Der Nutzer wird für eine Runde zum Boden gebracht. Ja, das ist jetzt nicht so nice. Gnadenloses Horn. Aber, ja, trotzdem, ich freue mich, ich freue mich, dass ich den habe. Der macht Feuerschaden. Element Abwehr ist natürlich dann auch Feuer. Und er ist gegen Eis anfällig. Nein, wurde nicht umbenannt. Ja, man kann auch hier in so einer Monster Hunter Stories Folge mal abseits der Story einiges erleben. Ich habe mich entschieden, nach langer, langer Überlegung, oh, ich kann mich jetzt an sowas könnte ich mich Minuten oder gar Stunden mit beschäftigen. Das macht tatsächlich Spaß zu überlegen, wie kannst du was hier optimieren. Ich habe schon einiges probiert. Ich habe mich jetzt hierfür entschieden, dass ich einfach auf der rechten Seite lasse ich meinem Monster den Kraftbonus. Man muss wissen, es gibt bei dieser Bingo-Reihe verschiedenste Kombinationsmöglichkeiten. Du kannst ein Farbbingo bekommen, dann kriegst du eben in der entsprechenden Farbe einen Angriffsbonus. Hast du dreimal rot, würde ich hier für meinen Monster einen Feuerbonus bekommen. Wäre ja möglich. Hier oben war ja frei gewesen. Ich hätte hier auch Feuer reinsetzen können, dann hätte ich mein eine Spezial-Item benutzen können, um hier einen freien Gameplatz zu bekommen, um dort auch Feuer reinzusetzen. Dann hätte ich hier oben tatsächlich einen Feuerboost bekommen. Habe ich mich aber dagegen entschieden, denn ich bin der Meinung, diese Items sind bestimmt rar und die hebe ich mir für später irgendwann auf. Das ist der einzige Grund. Deswegen hier einfach irgendeine andere nützliche graue Fähigkeit reingehauen. Das ist Gift aufheben. Habe ich einen Nerskiller genommen und passt perfekt. Verteidigung plus 2. Gift wird negiert. Optimal. Und ich kriege einen grauen Effekt. Grau heißt, meine Geschwindigkeit wird erhöht plus 1. Und mein schwarzer Diablos, der hat ja schon eine hohe Geschwindigkeit. Hier, die war bei 5. Jetzt ist er bei Geschwindigkeit 6. Steht oben rechts unter seinem Erfahrungspunkte-Balken. Deswegen da die Entscheidung, gehe ich lieber auf Geschwindigkeit als auf Feuerangriff. Dann, was kann man noch machen? Es ist möglich. So, warte mal. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Es ist möglich, auch 3 mal einen Angriffsbonus zu bekommen, was die verschiedenen Techniken angeht. Mein schwarzer Diablos ist ja ein Kraftangriffstyp. Der wird sehr oft Kraftattacken machen. Deswegen bin ich froh, dass ich hier 3 mal genau diese Symbole habe. Denn wenn ich 3 mal es schaffe, das gleiche Symbol hintereinander zu sockeln, kriegt mein Monster einen Kraftbonus. Und wenn man das nicht glaubt, da steht nämlich hier Kraft-Bingo. Das ist genau der rechte Balken. Es wäre also möglich, auch in der Mitte, ich habe ja in der Mitte rein zufällig einen Geschwindigkeitsbonus. Wenn ich es jetzt schaffen könnte, in der Mitte einen horizontalen, gerade einen vertikalen Balken nur aus Geschwindigkeitssymbolen herzustellen, dann würde ich auch mehr Schaden machen bei Geschwindigkeitsattacken. Und wenn ich es auf der linken Seite schaffen würde, das Techniksymbol, was oben links sich befindet, auch senkrecht 3 mal zu bestücken, ist ja möglich. Ist ja im Endgame sicherlich möglich. Dann würde ich auch erhöhten Technikschaden machen. Aber ich frage mich trotzdem, muss man das haben? Nein, muss man nicht. Denn es ist ein Kraftmonster. Es ist gar nicht so wichtig, ob ihr da das optimalste irgendwie an Schadensbonus habt. Ich meine, klar, es ist dieses kleine Quäntchen mehr, was man dann vielleicht im ultimativen Endgame braucht. Dann ja, dann kann man das machen. Aber mache ich erstmal nicht. Ich glaube auch nicht, dass ich da so ein U-Z-Pro-Gamer werde, dass ich da wirklich das Nonplusultramonsti mir später zusammen fürchten möchte. Glaube ich eher nicht. Deswegen hier bei ihm wichtig, Kraft und Feuer. Das sind so die einzigen Sachen, auf die ich bei dem Monster Wert legen würde. Feuer habe ich leider nicht. Egal. Aber damit spiele ich erstmal. Dann, weitere Überlegung. Da ich jetzt den schwarzen Diablos habe und der graben kann, brauche ich meinen Barraut nicht mehr. Was ich sehr schade finde. Das heißt, den kann ich später austauschen. Die Frage ist aber, für wen? Ich würde lieben gerne ein Monster wie den Ketsu wieder mit reinnehmen, weil Ketsu kann ja brüllen. Und brüllen ist eine sehr gern gesehene Fähigkeit, weil es ein Monster umwerfen kann. Und ihr habt es vorhin gesehen, den Skill umwerfen, der ist enorm wichtig, gerade wenn ihr nach Monsterbauen Ausschau halten wollt, weil ihr ein bestimmtes Monster haben wollt und davon noch vielleicht eine super Variante. Dann bringt dieser Umwerf-Skill, der sich Gebrüll nennt, extrem viel was. Deswegen Ketsu nehme ich wahrscheinlich wieder mit rein, wenn ich aber später irgendwann ein Monster habe, was vom Typ Donner ist, dann werde ich Ketsus Gebrüll-Fähigkeit mit einer Gentransfusion auf das neue Monster setzen, aber mir fehlt dann irgendein cooles Donner-Monster mit einer coolen Fähigkeit. Hat einmal ein Tipp? Gibt es irgendein cooles fettes Donner-Monster, was ich später auch holen kann, wo ich die Gebrüll-Fähigkeit vom Ketsu mit übertragen kann? Dann würde ich das eher nämlich nehmen. Ja, und das ist jetzt schon cool. Das hat extrem lange gedauert, ich mich dafür entschieden habe und boah, macht Spaß. Also mir macht sowas Spaß zu überlegen, wie kannst du was machen, aber ist jetzt auch genug. Ich meine, ich habe jetzt heute gar nicht viel geschafft, außer zu überlegen. Ich meine, wenn ich auf die Uhr gucke, es ist wieder fast zwei Stunden vorbei. Und ich weiß ganz genau, wenn ich hier eine Folge zusammenschnippel, komme ich bestimmt wieder nur auf eine halbe Stunde. aber egal, muss sein. Sowas muss auch mal sein. Ja, dann nehme ich hier den Katzerwahnstand und gehe direkt mal nach Albaraks Eingang. Dann machen wir zumindest heute noch in der Folge eine kleine weitere Story Weitererzählung, dass wir hier auch ein bisschen zu Borde kommen und dann hoffe ich, dass wir morgen dann mit der Story auch normal weiterspielen können. Ich sollte trotzdem erstmal wechseln, weil jetzt habe ich extra den Barot ins Team geholt, weil ich seine Ausrüstung auch habe und die auch sehr cool fand und ich kann auch, warte mal, ja, ich habe ja auch die Ausrüstung von dem, na klar. Passt mal auf, Freunde, hier, Rückenpanzerkeule ist zwar schwächer, aber wir machen es heute trotzdem mal, dass wir mit dem ein bisschen spielen, weil so sieht es cool aus. Ah, das ist aber ein Team, das ist aber genau ein Team. Aber egal, es ist schade, dass ich auf den Barot dann zukünftig verzichten muss, es wäre halt nicht so intelligent mit dem zu spielen, weil der auch nur graben kann, dann lieber eher den, äh, Fokus auf Angriff setzen und der schwarze Diabos hat einen sehr, sehr hohen Angriff. Das ist eben das Ding. Es ist immer so schade, weil die Barot-Klamotte, die sah ganz cool aus und das Monster mit dem spielt es sich auch sehr schön und vor allem da sind all die schönen Spezialfähigkeiten drauf, wie Monster schwächen, wir können die Verteidigung senken, wir können den Angriff senken und er kann sich selbst in den hohen Verteidigungszustand bewegen. Was ist das für Symbol überhaupt hier? Was ist das hier? Ah, habe ich hier auch ein Schmied? Ne, da war nur ein krasser Typ. Ich hätte gerne einen Schmied, da könnten wir uns nämlich nochmal die Ausrüstung angucken von dem schwarzen Diablos. Den haben wir jetzt ein paar Mal besiegt, ich glaube, vier Mal. Müssten wir hinkriegen. Ausgezeichnen, du hast die Riesen- für die Verteidigung geholt. Ich kann euch gar nicht genug danken, bringen wir sie zu den Filinen. Sobald wir das Dorf wieder aufgebaut haben, richten wir eine große Reihe der Arena. Oh, eine Arena, nice. Sie wird dir sehr zu nutzen sein, wenn du deine Fähigkeiten testen willst. Du solltest sie nutzen, wenn sie fertig ist. Oh, geil, wenn sie fertig ist, mache ich ihr alle fertig. Was? Sie wollen einfach eine Arena bauen? Das ist ja so abgefahren. Man kann wirklich sehen, wie es zu oft langsam wieder zum Leben erwacht. Langsam ist gut. Aus demnächst einfach mal eine Arena kreiert, das ist schon fett. Wer der Zeug in meiner Kraft wollte ein Haus bauen, nicht lange schauen oder miauen, uns anhauen. Leg die Arbeit ruhig in unsere Klauen. Oh, mein Gott. Keine Zeit für Nickerchen. Jetzt, da wir die Riesen- für wieder bei uns haben. Ja, na, ist doch cool. Und vielleicht gehe ich noch mal auf Rattian-Jagd, weil die haben auch sehr schöne Feuereffekte. Könnte ich später auch noch mal ein bisschen mehr einen vielleicht besseren, die Aros haben möchte. Boah, sollte ich auch ein paar Rattians in der Hinterhand haben, wo ich ein paar Gene abzwacken kann. Vielen Dank für Ihre Mühen. Wir haben einige schöne Mietshäuser gebaut. Muss ich schon sagen, wir sind ziemlich Knorrrke. Es geht auch nichts über eine Verwien-Brause nach getaner Arbeit. So zischen und erfrischend. Eine Verwien-Brause? Aha, aha, aha. Fantastikopolin, du hast dir in der weiten Welt ein Heim eingerichtet. Meine Pflicht ist hiermit erfüllt. Jetzt muss ich meinen Platz finden. Wie jetzt? Haut er ab, oder was? Quatsch. Ach, der haut nie im Leben ab. Der haut niemals ab. Ich trau sein, ich sage ja nicht, dass wir uns auf jeden Fall trennen müssen. Ich weiß auch, dass du ohne meine Hilfe tatsächlich zurechtkommst. Also, es war das Beste, wenn ich vorerst hierbleibe, nicht wahr? Ja, ich wollte schon sagen. Stimmt, oder habe ich recht? Jawohl, Knäuel. Jawohl, Knäuel. Die alte Flauschplauze. Bin stolz auf dich, den Iris. Ich würde unsere gemeinsame Frau nicht einmal gegen den leckersten Donut entauschen. Oh, Donuts. Jetzt habe ich auch so richtig Bock auf einen Dunkin-Donut. Und zwar eine Zwölferpackung. Ja, wohl eine Zwölferpackung gerade nacheinander. So viel fressen, bis ich kotzen muss. Hm, weil du nämlich meine Partnerin bist. Ich werde es aber nicht wieder sagen. Nur dieses eine Mal, verstehst du? Bin nämlich nicht gut in Erzählen. Ich rede nicht sehr viel, wie du schon festgestellt hast. Also los, krallen wir uns ein paar Donuts. Oh, was du? Hostel? Haustel? Da hat jemand Haustel gesagt. Haustel drin. Natürlich Haustel. Was? Hab ich Donuts gehört? Wenn ihr Donuts möchtet, warum geht ihr dann nicht zur Autorenhalle? Ach, der Typ. Wenn ihr das tut, dann gebe ich euch eine von meinen selbstgebackenen Kreationen. Hm, ja, der schon wieder. Er ist der Autorin Vize, äh, Pappnase, oder? Haha, Papa, aber nöb mir doch einfach den Vize. Was? Vize-Katze? Ich verstehe, ich verstehe. Was war das mit den Donuts? Haha, sagen wir mal, ich habe eine spezielle Zotante hinzugefügt. Ein Geheimrezept. Ihr werdet voll drauf abfahren. Wie in dem auch sei, ich bin ja eigentlich rein geschäftlich hier. In Noir, so wütet ein Barot herum, oder? Ach, da wütten mehrere herum, hab ich alle schon umgemurkst. Die Autoren hoffen auf eine Kooperation bei der Aufklärung der Situation, Daenerys. Außerdem wären wir euch zutiefst im Dank verpflichtet. Könntet ihr uns über den Überlieferungsritus belehren? Wir wurden darüber informiert, dass der Barot wohl in gewisser Weise künstlich verbessert worden ist. Ach, der Typ. Der Mechabarot. Besteht ein Unterschied zwischen dem Überlieferungsritus und jener künstlichen Erweiterung? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Was? Das sind völlig unterschiedliche paar Pfoten, Mann. Warum wirst du überhaupt von der Überlieferung? Weil irgendjemand gepetzt hat. Drei Fahrzeichen. Oh, wer ist denn das? Ist das Lydia? Ist das Lydia? Hat sie lange Haare bekommen? Lydia, oha! Aus dir ist eine richtige Dame geworden. Du bist kaum wieder zuerkennen. Hihihi, oh, danke, Lieutenant Katsanova. Ich muss jedoch bald wieder für eine Weile fortgehen. Ich bin jetzt ein Mitglied der königlichen Autorin, musst du wissen. Hihihi, lange nicht gesehen, Daenerys. Deine Abenteuer machen zwischen die Runde. Du hast Alborax gerettet. Das ist so tapfer von dir. Unglaublich. Oh, und du hast dir ein großer Reiter geworden. Ich bin so stolz auf dich. Jetzt ist nicht die Zeit für warme Worte. Lassen wir das für später. Es gibt einiges zu tun. Ja, das stimmt wohl. Lassen wir uns gemeinsam zur Tornhalle gehen. Zur Tornhalle? Na klar, machen wir. Also heute wird wohl eher eine sehr ruhige Runde, nichts mit Kämpfen und so, wobei doch, wer hat denn am Anfang den Diablos besiegt? Seid ihr wirklich bereit, schon loszugehen? Trefft alle nötigen Vorbereitungen. Sprecht mit uns am Eingang. Ja, machen wir. Machen wir es sofort. Weil es das Beste, was passieren kann. Ja, hier die Quest, die mache ich später wieder offscreen. Wo ist der Eingang? Hier, Eingang? Eingang hier, Eingang da. Oh, haben wir jetzt ja auch eine Schmiede? Ja, tatsächlich, komm hier, nach unten. Da ist eine Schmiede. Mehr wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch erstmal nur sehen, wie die Ausrüstung aussieht, natürlich. Wir lassen uns gar keine Zeit. Hier, Schmiede-Quest. Wir haben 11.000. Reicht für eine Aufstärkung. Und zwar will ich gerne schwarze Diablos-Rüstung haben. Wo ist sie? Wo ist sie? Da. Schwarze Diablos-Rüstung. Oh, sieht ein bisschen klobig aus. Aber ich muss sie nehmen. Ich habe keine andere Wahl, denn wir haben nun mal einen schwarzen Diablos und das wird zukünftig unser Hauptangreifer sein. Lässt sich nicht vermeiden. Oh, und das Schwert sieht auch ziemlich fett aus. Aber erstmal die Rüstung. Wir nehmen erstmal die Rüstung. Bei Waffen haben wir genug. Und Items 21, 8 und 2. Wir haben sogar zwei von den ganz, ganz, ganz großen Sachen. Ja, ich mach mal drei Stück. Geht ja nicht verloren. Und der restliche Punkt wird ja rübergetragen. Auf die zweite Stärkung. Gehen wir direkt mal auf Verbessern. Also einmal müssten wir es locker verbessern können. Da, da ist sie. Schwarze Diablos und Knochen. Hab ich Knochen? Weiß ich gar nicht. Wir brauchen vier Stück. Was? Wo sind sie denn nicht mit übertragen? Wo ist denn der Punkt denn? Also habe ich den einen Punkt doch verschwendet? Scheiß, das kannst du ja nicht wissen. Das kannst du ja nicht wissen. Ich hoffe, ich habe noch 20 Knochen. Oh ja, ich habe mehr als genug Knochen. Perfekt. Opfer auch auf Stufe 3 kriegen? Brachial Tigrex. Oh nein, den habe ich noch nicht. Den habe ich leider noch nicht. Aber ist auch gar nicht so schlimm. Eiserne Wand ist hier der Spezial-Effekt. Kraftboost. Erhöht ausgeteilte Menge von Kraftangriffen. Und die Rüstung ist bereits bei Stufe 42. Das ist schon ziemlich fett. Wir haben Feuerabwehr. Ja, ist okay, oder? Kann man machen. Ich spiele aber trotzdem erstmal mit der Ausrüstung weiter und dann sehen wir uns in der nächsten Folge bestimmt wieder mit der neuen Diablos-Ausrüstung. Ja, machen wir so. Aber erstmal Hauptstory. Ja, ich bin bereit aufzubrechen. Auf nach Gildegeraden. Speichern? Natürlich. Wir speichern auf alle Fälle. War eine sehr, sehr lange Aufnahme. Aber ich muss gucken, wie ich das geschnippelt bekomme. Und vielleicht überschätze ich mich da auch. Oder verschätze mich. Na, überschätzen auch. Überschätzen ist ja sowieso hier gang und gäbe auf meinem Kanal. Einige Tage später sind wir wieder drückt in Gildegeraden. Ja. Ja, ich bin so froh, dass ihr es sicher zurückgeschafft habt. Ich habe alles über deine Abenteuer in Gildegeraden gehört. Was mich direkt zum nächsten Punkt bringt. Ich habe gehört, warum du diesen Pfad gewählt hast. Ah, warum denn? Die Autoren haben gegen den sogenannten Doktor ermittelt, der in Oasen gesichtet wurde. Ach, das meinen sie. Ja, das stimmt. Dagegen haben wir natürlich was gemacht. Was kann ich angehen, dass irgendein armer Barot gefesselt wird und dann geknechtet in irgendwelche Maschinen reingezwungen wurde? Es scheint, dass der fragliche Barot mit einer Art kraftverstärkenden Rüstung künstlich verbessert wurde. Die leichtfertige Manipulation von Monstern ist eine schamlose Verletzung des Jägerkodex. Gibt ein Jägerkodex? Wusste ich gar nicht. Und schlimmer noch, es ist ein Angriff auf die Gesetze der Natur. Alle Beweise, die wir haben, deuten darauf hin, dass ihr schuldig seid. Ab mit dem Kopf, dass der Doktor vom Dovan-Vulkan gekommen ist. Ähm, der Dovan-Vulkan! Das steht ja voll doof! Der Dovan-Vulkan! Genau, doch leider ist die Schiffsroute zum Dovan-Vulkan derzeit gesperrt. Der Dovan-Vulkan ist eine gefährliche Gegend. Es liegen auch Berichte von gehäuften Monsterangriffen auf die benachbarten Dörfer und deren Einwohner vor. Deshalb benötige ich eure Unterstützung. Naja, vielleicht könntest du deine Monsters an dem Weg in das Innere des Dovan-Vulkans finden. Ja, klar krieg ich hin. Kein Problem. Ja, auf keinen Fall! Ich bin nicht jetzt so beständig. Geht's noch? Ich bin der Katze, Mann! Hast keine Augen im Kopf? Wir gehen nicht zum Dovan-Vulkan. Ich habe nur sie im Leben. Ich habe einfach das Gefühl, dass es der Tod sehr gefährlich ist. Total furchtbar. Oh, egal. Was und sie freut sich? Sie freut sich. Was? Egal. Und, wirst du uns helfen, die Leeres? Natürlich. Du denkst wirklich, dass wir das schaffen können? Naja, vielleicht können Poti's doch fliegen. Ja, nun, wenn es dein Herz in Swatch ist, um hinzugehen, dann wirst du auf alle Fälle einen qualifizierten Lotzen brauchen. Ja, du alte Lotze. Danke, danke. Bitte akzeptiere meine tiefste Erkenntlichkeit für deine kostbare Kooperation. Bitte trefft alle adäquaten Vorbereitungen für die bevorstehende Reise zum Dovan-Vulkan. Lilia, stehe Ihnen stets zur Seite, wann immer sie deine Hilfe benötigen. Bitte. Ja, hi, Kapitän. Ja, Apropos. Äh, das hätte ich mal vergessen. Vielleicht solltet ihr euch nochmals in der Stadt umsehen. Ich habe was versteckt für euch. Hahaha, Schnipseljagd, ich liebe sowas. Es gibt doch wohl einige Leute, die behaupten, sie hätten einen Ryder am Platz gesehen. Ja, wird der wohl nicht Schäfer sein. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass der jetzt hier ist? Ist er das wirklich? Nehmen wir mit. Nehmen wir heute alles mit. Willi, Alter, haben wir doch eine etwas längere Folge heute. sieh aber gerade, die Batterieleistung ist schon rot. Aber noch fängt sie nicht an zu blinken. Ein bisschen Saft ist noch drauf auf dem Gerät. Direkt mal hier die Karte ziehen, was nu? Hä? Irgendwann verstaubt mich hier ungemein, den ihr riss. Ja, es könnte unser Geruch sein. Der Ryder in der Wüste, war es wirklich Schäfer? Na, das war auf jeden Fall Schäfer, ja. Ach so. Kennt ihr der gute alte Schäfer, so wie wir ihn kennen und schätzen nie wieder zurück? Ja, du hast es verkackt, Lilia, du hast nie mit ihm gesprochen. Ein Jahr lang hast du nicht, dich um dich gekümmert und dann bist du abgehauen, weil ich hier irgendwelchen Autoren helfen wollte. Ich würde sagen, du bist schuld, ganz klassisch. Also, liegt auf der Hand, Beweise sprechen für sich. Weißt du, der Wald erinnert mich an den Tag, an dem Schäfer verschwand. Ja, und das erinnert mich auch an den Tag, als du ihn bestätig gelassen hast. Genau wie wir auch. Ja, haben wir auch gemacht. Es ist, als sei der Schäfer, der fortgegen immer noch irgendwo im Wald verschollen. Und wir suchen immer noch nach dem Jungen zwischen den Bäumen, der Hoffnung, dass er wieder auftaucht. Ach ja, Schäfer hat immer so sehr gelitten, seit dem Tag, an dem Harkum angegriffen wurde. Ja, und zwar alleine. Er hat alleine gelitten, Fräulein. Aber für dich egal, was ich auch unternehme. Ja, es wäre schön, wenn du überhaupt mal was unternimmst, Lilia. Ich finde nichts, was ihn retten könnte. Er hat nicht so hart mit dir selbst. Er hat seinen Kopf noch. Und zwar seinen eigenen. Er hat seinen Kopf noch. Ach ja, Liesen ist auch mal schwerer. Schließlich war es ein Entschluss. das darfst du verlassen. Denkt doch mal daran, wie viel er herumkommt. Der Ausgibt ein großer Reiter, da bin ich mir ganz sicher. Ja, groß wird er, das ist richtig. Die Frage ist nur, ob er ein guter oder ein schlechter wird. Oder ein schlechter. Komm schon, gehen wir in die Stadt. Vielleicht treten wir noch Cheval. Ja, vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ein neuer Reiter. Machen wir. Ab in die Stadt. Aber ich glaube nicht, das wird bestimmt irgendein anderer sein. Weil, was will der hier? Das ist doch eher so ein Einzeltyp. Was will der in Gildegaran? Ja gut, Gildegaran ist ja eine Gilde, die er gegen Monster kämpft. Warum denn nicht? Kann ja sein, dass er sich vielleicht der Gilde als so eine Art Söldner anschließen möchte. Oh, mein DS blinkt. Warte mal, ich muss mal kurz speichern. Weil, sollte der jetzt ausgehen? Dann, dann beendige ich hier die, die Folge. Ansonsten spielen wir hier noch kurz weiter und gucken mal, ob da Schewald tatsächlich draußen lungert und lauert. Da bin ich mal gespannt. Wo hat er sich versteckt? Da, es wird rot, es wird rot. Ne, ist er nicht. Das ist er nicht. Du da drüben, komm und schau dir meine Ware an. Hast du von den Reiner gehört? Nun, mit einem Bindungsstein kannst du jetzt einer von ihnen werden. Ach, der verkauft Fake-Bindungssteine. Schweinehund. Du kannst betrauen, Spezi, ich bin ein Ryder. Warst du ein bisschen Ryder? Du bist halt nicht einfach Schewald. Du bist ganz dick geworden, Schewald. Ich schätze, das war eine Verwechslung. Sie eignet sich hervorragend als Souvenirs, was sie kosten. Eine Milliarde Zenni. Aber heute habe ich ein besonderes Angebot für dich. nur ein 999 Zenni. Huch, das ist gar kein Bindungsstein. Er sieht so aus wie einer. Ist doch mal eine Fälschung. Äh, was? Warte mal, warte mal. Bedeutet das einfach, du hast den echten Bindungsstein. Das bedeutet, ich bin aufgeflogen. Mist, tschüss dann, tschüssi. Ja, Daenerys ist ein echter Ryder, Mann. Wo hast du diese gefälschten Steine her, Kind? Ja, wir merken, wenn du lügst. Also, sag uns die Wahrheit. Ich habe mich auch nicht gelogen, wirklich nicht. Ich, tschüss. Ich habe sie im Doverntunnel bekommen, dort sagte mir ein Mann, dass sie echt werden. Welch Zufall. Und schon haben wir erst recht, einen Grund dahin zu ziehen. Der Doverbergwärtsfahrt? Im Dovervulkan? Kam dieser Doktor nicht vom Vulkan? Wir sollten da mal nachschauen. Oh, vom Doktor. Der verkauft echt an kleine Kinder, irgendwelche Fälschungen. Und dann macht er auch noch Monster zu Maschinen. Ein fieser Doktor. Äh, Pa, also dann, äh, bist du eine Spezi? Da, da haut er einfach ab. Genau so habe ich es mir gedacht. Wow, äh, wow, der ist ja vielleicht leicht, äh, pfotig. Oh, ich hätte jetzt was gelesen, ihr wisst schon. Ich habe was anderes gelesen gerade. Leicht pfotig. Da ist kein Z. Ich dachte, wir würden, wir würden Schirrball endlich sehen. Alles wird gut, ich werde ihn eines Tages wieder sehen. Ihr drei habt eine Wendung. Mirimasai scheint, als ob da ein ziemlicher Lärm vom Hafen kommt. Oh, ich glaube, es war ein Fehler, hier weiter zu spielen. Wir hören Lärm am Hafen. Aber ich glaube, das, das gucken wir uns dann erst in der nächsten Folge an. Was wird wohl im Hafen? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Wahrscheinlich kommt jetzt irgendeine berühmte Persönlichkeit, aber wer oder was es sein wird, sehen wir in der nächsten Folge. Also, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum, hoffentlich, morgigen Part. Also, Rinnjau und Tschüss.